... rankleben kann. Begrüßen Sie mit mir meinen Kollegen Jan Ruben! Hallo Jan! Hallo! Jan! Jan, du bist ja Experte fürs Martialische, wirst allabendlich auf den Bühnen dieser Welt geschreddert, gefiert halt, zersägt. Unser Eins wird höchstens mal in der Zeitung zerrissen. Wie hoch ist denn so dein Berufsrisiko? Also ich arbeite natürlich auch mit Tricks, aber bei so martialischen Dingen wie dem Riesenbohrer, da muss ich schon alle Sinne beisammenhalten, dass da nichts schief geht. Also ist ein Bergwerksbohrer. Zum Tunnelbau wird der auch verwendet. Da werden dann die Löcher für die Sprengladung gebohrt. Vier Tonnen Stahl, der Bohrer, 30 Zentimeter Durchmesser und zwei Männer mit fürchterlich weichen Knien. Ja, das geht nicht. Ich habe das so große Schraub, wie geht es um die Schraub. Ja, das geht nicht. Und jetzt sagts, die Schraub. Wir machen das so große Schraub. Deshalb habe ich eine Schraube füre und durch. Das ist ja so große Schraub. Und jetzt? Ich habe die Schraub. Ich habe die Schraub. Ich habe nicht etwa die Schraub. Ich werde mir hier sehr Budget sein. Und jetzt hier bin ich. Und wie soll das Wasser? Herr Oater. Ich habe dasザlon- Musik 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 Musik